Mhhh, wer bist du denn? Jetzt sind wir auch gewappnet. Hier runter und diesmal bleiben wir im Wasser. Wir gehen hier hoch, wir sehen die und springen zurück ins Wasser. Oder... Ne, es geht nicht. Aber ich glaube, sie haben sich selber in die Luft gesprengt. Zumindest ein, zwei davon. Okay, mit Zielen ist mit der Waffe hier nix. Sag mal, warum leckt das denn so? Jetzt kommen sie auch noch von vorne, hm? Komm her! Bopp! Ja, komm doch her! Ist doch gut, komm! Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Sterben wirst du so oder so. So, leckt das jetzt wirklich nur, weil die Musik eingesetzt hat hier? Ach, wie peinlich. Ah, nicht. Also jetzt, so langsam. Ja, komm her. Kann ich euch nicht mehr leiden. Komm, los! Jawoll, die haben wir. Ah, wie viel sollen denn noch kommen? Die gehen echt auf die Eier, die Dinge. Bringen die irgendwas? Geben die irgendwas? Ne, nix. Oh, anscheinend geht sie gar nicht lang. Wo denn sonst? Ja, wo denn sonst? Es muss doch hier lang gehen. Ach, da unten. Was ich auch nicht verstehe hier, das soll ja angeblich der Weg sein, dass viele Leute vorbeikommen. Warum sind denn die ganzen Sachen noch ganz? Wie zum Beispiel hier. Oh. Ich will gar nicht wissen, was hier passiert. Nein. Oh, oh. Ob das so eine gute Idee war? Ich glaube nicht. Das war keine gute Idee. Okay. So. Da steht noch einer rum. So. Und ich habe... Ach, wie ich doch sowas leiden kann, gell? Glück gehabt. Und ich bin natürlich falsch gelaufen. Ich hätte anscheinend auf den Rohren weiterlaufen müssen. In die andere Richtung. Oder wie soll das sein? Weil hier komme ich ja nicht wirklich rein. Ach so. Weg mit dir. Oder komme ich hier weiter? Ja, ja. Ich könnte hier auf den Kabel nicht langlaufen. Aber es bringt mir alles nichts. Dann... Nun ja. Ach, nach unten. Ne, bringt uns auch nichts. Noch nicht. Dann erst nach oben. Ach, das gibt es noch nicht. Jetzt könnt ihr mir erstmal eine halbe Stunde zusehen, wie ich hier am Film bin. So. So. Da hinten entlang. Das ist richtig. Und nichts anderes. Jawoll. Mhm. Ich muss sagen, wir gucken mal von unten nach oben. Ach ja. Wie nett. Dankeschön. Also, man kann sich echt nicht beschweren, dass man hier zu wenig Heal findet in dem Spiel. Oder zu wenig Munition. Eigentlich in dem Sinne. Ich meine, es ist eigentlich mehr ein Durchrennspiel und alles kaputt schießes Spiel. Und ein Feldspiel für mich. Okay. Hier runter. Und hopf. Wo jetzt? Hier? Ne. Hier. Dann auf den. Können wir den denn schon bestätigen? Ne. Ah ja. Das Wasser steigt an. Das ist natürlich logisch. So. Können wir hier hinten irgendwo durch? Nein, können wir nicht. Dann heißt es wohl auf die andere Seite zurück gehen. Und da durch den Tunnel hindurch. Ich wette, ihr könnt mir nicht folgen ins Wasser. Ich komm nicht von der Leiter ab. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Weil sonst ersticke ich. POLY CAN- gepasst Die scheinen mit einem schuss kaputt zu schießen zu gehen dann werden das natürlich auch tun Warum uns mühe machen wenn es auch so geht das war jetzt ein zufall dass ich hier so direkt darauf gelandet bin Funktioniert sowieso nicht Aber das könnte funktionieren Habt ihr das gesehen bin ich gefallen wie als würde es Kein was ergeben Sah so aus oder So nicht so nicht ja ich will doch runter ich will dich doch schieben kam her Ne Sag mal seht ihr das das ist doch nicht normal oder Das was erscheint total verbuggt zu sein Ich will da jetzt hoch und mehr will ich nicht Trag mich danke Ich lauze voll hier Na denn Ladebildschirm weiter geht's Da ist nichts Irgendwas ist hier falsch ich komme nicht mehr von leitern runter man fliegt hier wasser falsch herum Na ja wir werden es überleben Das kann ich doch schon kaputt schlagen Jawoll So muss ich euch dinge eigentlich den ganzen tag mir antun Na du bist mir lieber Äh nein 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 Ach Lass mich in Ruhe Ach die geben sogar Energie die dinge Also was heißt Energie Ähm Na Ah doch eine Art Energie Schilds Schilds Oh nein Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe So die haben wir auch wieder erledigt Voll geblättet man So Da hängt doch wieder so ein blödes Mistvieh Sag ich doch Dich lass mir auch mal hängen Ich will jetzt hier hoch Da gibt es was zu holen Da lauf mir mal außen rum Oder auch nicht Da war sowieso nur Heal Mir soll es egal sein Oh nee Gefährliche Strahlungswerte Gefährliche Strahlungswerte Was Und wie soll ich dann da durchkommen Ach von Hüpfen Von Stück zu Stück hüpfen Kopfkrabben Oh man wieso habe ich mir extra für das letzte letzte deutsche Version geladen Das ist doch echt Peinlich Kopfkrabben Das sind Headcrabs Und keine Kopfkrabben Oh man Bam Hat es euch weggefetzt Und da kommen schon die Kopfkrabben hinaus Äh ja Lasst mich mal in Ruhe Ça va Die Kopfkrabben ey Das gibt es noch nicht Da ist noch eine Kommt das mir nur so vor Das sind Dinger doppelt so schnell wie damals ey Gab es irgendwelche Änderungen an dem Spiel? Irgendwie Ja hallo Mhm Ich kann dich verstehen Da hat er sich das Genick gebrochen Da hat er sich das Genick gebrochen Sag mal Stirb Da hat sich was ausgegraben Nein Nein Du Kriegst nicht meinen Kopf zum Paaren Ich wette da schmeißt das Ding Wollen wir wetten? Jawohl Du bist tot Komm her Komm her Ja, 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 ja Ihr könnt mir sagen was sie wollt Das sieht aus wie Strom Wir werden dran vorbeigehen Ja Ja, rast doch nicht aus Ist doch alles in Ordnung hier Es sieht irgendwie so aus Dass ich nicht unbedingt da rein gehen sollte Und irgendwie versuchen sollte Den Strom auszustellen Wo geht denn das Stromkabel hin? Das von hier Auf dem Da hin Moment Hier waren wir doch schon